Hi, heute melde ich mich noch einmal aus unserem Balkon, Garten, ist ein bisschen Urwald momentan, wird dann auch immer schön wieder. Was brauchen wir für das heutige Workout? Und zwar haben wir in den Reserven, in den eisernen Reserven habe ich gekramt und ich habe da hochwertigsten Wein gefunden. Den nehmen wir heute als Zusatzgewicht. Wichtig dabei ist immer, dass man dann schaut, wie schwer der Wein ist. Der zum Beispiel hat 12,5 Prozent. Ich habe da eine zweite Flasche gefunden, äußerst nobler Wein aus Österreich sogar. Der hat 13 Prozent. Das Heuprozentgewicht ist nicht so großer Unterschied. Deswegen können wir das ruhig nehmen. Diese zwei Geräte nehme ich heute zum Training mit dazu. Wie schauen die Übungen aus? Die Übungen sind ganz einfach und zwar machen wir heute ein 10 Minuten Workout mit drei Übungen. Die erste Übung ist super simpel. Ihr nehmt die zwei Flaschen, die ihr findet. Wie gesagt, ein bisschen schauen. Und dann nehmt ihr euch irgendwo so etwas wie eine Stufe oder einen Sessel, die ich da habe. Und die erste Übung sind Squads mit Hinsetzen. Das heißt, ihr setzt sich wirklich immer kurz hin und steht es wieder auf. Okay, das ist die erste Übung. Die zweite Übung, da verwenden wir auch noch unser Zusatzgewicht, ist auch einfach. Ich gehe leicht in die Knie, mache einen geraden Rücken und bewege die beiden Flaschen über den Kopf. Okay? So hoch ihr rauf kommt. Okay? Von vorn hat das so was ungefähr. Ich kann es nicht so schön machen, weil meine Schultern da ein bisschen schwach sind. Ungefähr so soll es ausschauen. Super. Und wir haben die dritte Übung. Da brauchen wir die Flaschen nicht. Da machen wir auf unserer Stufe, die wir haben, Gips dazu. Das heißt, wir legen die Fersen auf den Boden. Okay? Gehen runter und wieder rauf. So, schaut das irgendwie aus. Gut. Das Ganze machen wir abwechselnd. Das heißt, wir haben in Summe haben wir das Ganze 10 Minuten. Wir machen immer 20 Wiederholungen im Circle sozusagen. Wenn wir in einer Runde fertig sind, machen wir die nächste Übung. Das heißt, 20 Wiederholungen, 20 Wiederholungen, 20 Wiederholungen, dann wieder von vorne. 20 Squats, 20 Mal das Gewicht, Heben über Kopf und 20 Mal die Dips. 10 Minuten, schaut auf die Uhr und dann geht es los. Ich starte jetzt.